Leon, warum du nicht auswandern in ein Euro-Land wie Spanien oder Portugal? Ich bin schon so ein kleiner Caribbean-Boy. Die Karibik hat es mir schon sehr angetan. Costa Rica ist Platz 1 zum Auswandern, kann man mir sagen, was man will. Krösus sagt, für lange Zeit leben in Südamerika, Mexiko und so weiter. Diese gefährlichen Länder ist nichts für einen Normalo. Am Ende, in langer Sicht, wird man da nicht leben können ohne Riesenprobleme. Ist schon schön, dass wir leben dürfen auf dieser Welt hier. Ist schon krass, was Gott da so erschaffen hat, ne? Ich bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Leon, da fragt der Krösus. Krösus in den Mann. Krösus fragt, warum du nicht auswandern eine... Oh shit, man. German it in, motherfucker. Leon, warum du nicht auswandern in ein Euro-Land wie Spanien oder Portugal? Sicherer für dich und aber gute Wetter. Ja, weiß ich nicht mit den Gedanken. Portugal muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Spanien fand ich auch schön. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Karibik, ne? Ich bin schon so ein kleiner, bin schon so ein kleiner Caribbean-Boy. Also das hat mir, die Karibik hat es mir schon sehr angetan. Und so. Die leichten paradiesischen Vibes und man hat noch mehr das Gefühl, man ist so... Ich weiß nicht, ich bin halt auch so ein, ich weiß nicht so, ich fühle mich wohl, wenn Sand, wenn Palm, wenn Dschungel, so. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so ein bisschen, wie kann man das am besten beschreiben? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist halt auf jeden Fall nochmal ein Riesenunterschied zu Spanien oder Griechenland. Da war ich jetzt auch schon gewesen. Das ist sehr schön, aber da hast du halt nicht diesen karibischen Flavor. Der karibische Flavor hat es mir schon sehr, sehr, sehr krass angetan. Aber Portugal sind auch viele Leute nach Tulum, also die ich in Tulum kennengelernt habe, sind nach Portugal gegangen und haben da ein bisschen ihre Zeit verbracht. Also Portugal gehen wohl auch sehr viele Leute hin. Das muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Hundertprozentig. Cap Verden. Cap Verden soll auch krass sein, habe ich gehört. Ja, Costa Rica ist Platz 1 zum Auswandern, kann man mir sagen, was man will. Ein Homie von mir ist gerade in Costa Rica. Ich habe ja dieses Video gestern hochgeladen von diesem, ähm, dieser JC, JC Vagabond. Die sind gerade in Costa Rica und der hat auch gemeint, Costa Rica ist nice, aber zum Längerbleiben Mexiko unschlagbar. So, also Tulum. Es ist halt, die Community ist halt krass in Tulum, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Die, ähm, Laura ist gerade in der Dominikanischen Republik, da ist auch geil. Die Vibes sind auch killer und alles nice und so, aber ihr fehlt auch diese Vibes, diese Community, dieses Spirituelle auch und so. Das ist halt in Mexiko gerade echt, ähm, in Tulum vor allen Dingen. Schon place to be, muss man schon sagen. Ja, 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 habe ich gesehen. Äh, Tutti Frutti XXV. Nate57 ist gerade in Portugal. Der Brodi macht alles richtig. Ha, ha, ha. Habe ich gesehen, Bro. Habe ich gesehen. Habe auch mit ihm geschrieben. Ich habe gesagt, was geht, Digi? Was machen? Und so. Der hatte auch da Familie und so. Weißt du, wie ich meine? Ist auf jeden Fall geil. Ich habe ein bisschen, aber der macht halt leider nicht so viele Storys und so, ne? Ich hätte mir gern ein bisschen mehr so reingezogen von seinen Storys, aber der macht halt leider nicht so viele Storys und so. Deswegen musste ich auf jeden Fall selber mal vor Ort gehen. Letztes Mal bin ich ja auch Nate hinterher gereist, wo ich nach, also Nate und Laura, wo die nach Tulum gegangen sind, war ja so, die haben mich ja inspiriert oder die haben mir so den letzten Push gegeben auch zu kommen. Es ist immer von Hörensagen und so, ist immer schwer zu beurteilen, ob ein Land zu einem passt oder nicht. Man muss vor Ort gewesen sein und am besten auch meiner Meinung nach eine etwas längere Zeit als einfach nur jetzt für den Urlaub oder so. Also wenn, dann musst du schon mal einen Monat Minimum, musst du mal da bleiben, um wirklich die Vibes zu catchen. Auch wenn es ein Urlaub ist, weißt du? Ich bin so einer, so eine Woche, zwei Wochen Urlaub ist schon geil, aber mittlerweile finde ich es geil, eine etwas längere Zeit zu bleiben, weil dann kannst du halt auch viel mehr mitnehmen. Kannst halt auch wirklich erleben, wie es ist da so. Fühle ich, Costa Rica ist teuer, aber mega sicher und das Land mit der meisten Natur auf dieser Welt, 75 Prozent Naturschutzgebiet. Und das alleine ist auf jeden Fall schon ein Visit wert. So, das ist auf jeden Fall ein Visit wert. Ich glaube so, ich bin eh so ein Naturmensch so. Ich feiere ja auch, habe ich ja gesagt, diese Dschungel-Vibes und diese karibischen Vibes und so. Und da ist es ja nochmal krasser, auch mit wilden Tieren und krassen Wäldern und so und Urwald. Und auch die Safety, Safety ist so auch relativ, was heißt relativ, da gibt es so gut wie gar keine Kriminalität, habe ich gehört, ne? In Costa Rica. Auf jeden Fall nice Länder, ne? Es gibt so viele verschiedene Vibes auf der Welt, das ist so krass, ne? Es ist so krass eigentlich, wie groß die Welt ist und wie viele verschiedene Sachen es noch gibt, so. Und du catchst auch jedes Mal überall andere Vibes und die Menschen und so. Das ist schon schön, dass wir leben dürfen auf dieser Welt hier. Es ist schon krass, was Gott da so erschaffen hat, ne? Krösus sagt, für lange Zeit leben in Südamerika, Mexiko und so weiter, diese gefährlichen Länder ist nix für einen Normalo. Am Ende in langer Sicht wird man da nicht leben können ohne Riesenprobleme. Es ist erstmal die Frage, was für dich ein Normalo ist, so? Was ist schon ein Normalo? Wer beschreibt, wer bestimmt schon was Normales und was nicht, so? Das ist erstmal die erste Frage. Und ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die da auch schon länger leben. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Leute kennengelernt, wie eine Justine zum Beispiel, die ist schon seit sechs Jahren in Mexiko oder sieben sogar jetzt schon. Und ich kenne auch viele andere Menschen, die in Südamerika leben und da auch schon jetzt längere Zeit. Die zieht es immer mal wieder für eine Zeit nach Deutschland auf jeden Fall, um so ein bisschen wieder auch die Heimat zu sehen und auch Familie zu sehen und so eine Geschichten. Aber ich kenne schon viele Leute, also nicht viele Leute, aber ich kenne schon ein paar Leute, die das auch gemacht haben, so. Aber die sind dann in deinen Augen wahrscheinlich nicht normal, so. Keine Ahnung. Aber teilweise muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich bin auch jemand, der so für immer leben, ist auch schwer zu beurteilen. Das kannst du sowieso jetzt nicht beurteilen, richtig, so, weil du weißt nie, was morgen passiert, so. Aber so, ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, zum Beispiel für immer in Mexiko zu leben, so. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo einen Ort oder irgendwas passiert oder man findet eine Frau oder irgendwas passiert, sodass man da vielleicht auch mal ein paar Jahre oder sogar Jahrzehnte lebt. Aber mit meinem aktuellen Mindstate und mit meinem aktuellen Kopf, ich bin schon auch sehr normal, sage ich mal. Ich bin nicht so verrückt und crazy wie zum Beispiel eine Justine. Und ich gebe dir recht, also nach einer gewissen Zeit vermisst man die Normalität, die Struktur, das Saubere. Wo ich sagen muss, wo ich mein Mindset auch ein bisschen geändert habe, ist so ein bisschen mit der Sicherheit so. Mit dieser Angst, dass irgendwas passiert, weil wenn du Angst hast, dass irgendwas passiert, dann kannst du kaum irgendwo hingehen. Ich habe jetzt davon gehört, dass hier in Deutschland, in Deutschland sind jetzt in den letzten Wochen auch viel Scheiße passiert. Das ist zwar nicht annähernd zu vergleichen wie mit Ländern wie Mexiko, aber ich glaube schon, dass du überall auf der Welt in schlimme Situationen reinkommen kannst und schlimme Dinge passieren können. Und es kommt auch viel darauf an, ja, ich weiß nicht, ich glaube schon daran, dass es auch irgendwie auf eine Art vorbestimmt ist, weißt du? Ich glaube schon, dass das Leben schon irgendwie zu einem Teil geschrieben ist und es jederzeit überall dazu kommen kann, dass dir irgendwas passiert, weißt du? Und wenn man sich davon zu krass beherrschen lässt, dann traut man und macht man echt nur noch wenige Dinge, weißt du, wie ich meine, so? Und davon habe ich mich so ein bisschen frei gemacht, gerade auch durch Mexiko, so. Aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ich kann mir dich voll gut in den USA vorstellen. Ja, ja, auf hundertprozentiger Basis, das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Und es ist auch eine Sache, die immer wieder in meinem Kopf rumschwebt, so. Vor allen Dingen, weil ich halt auch halb Amerikaner bin und Familie drüben habe, die ich selber noch nie gesehen habe in meinem Leben. Also ich habe eine Schwester und die hat Kinder und deren Kinder haben schon wieder Kinder gekriegt, so, weißt du? Ich habe eine ganze Familie in Amerika, die ich definitiv in meinem Leben noch sehen muss und ich würde auch gerne mal eine längere Zeit auch in den Staaten verbringen. Einfach, weil es auch meine zweite Heimat ist irgendwo, glaube ich, ist es auch wichtig für mich so, weißt du? Gerade die Familie kennenzulernen, um sich selber auch richtig zu finden, zu wissen, wer man ist so, ist es wichtig, den ganzen Teil der Familie zu kennen. Und die Möglichkeiten sind mittlerweile da, auch wenn ich jetzt keinen Kontakt mit meinem Vater habe, der sich gerade ein bisschen komisch verhält, auch seinen anderen Kindern gegenüber. Habe ich trotzdem noch einen anderen Teil von der Familie, die ich noch nicht gesehen habe und da muss ich auf jeden Fall auch nochmal hin und nochmal ansetzen, so. USA, Böse, Teuer, ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht, also es ist auch der Grund, warum ich so mein zweites Standbein gerade noch in Mexiko habe, weil da ist es relativ, ja, relativ einfach sich zu bewegen und relativ auch, also die Möglichkeiten irgendwie da zu leben oder eine Zeit lang da zu bleiben, auch für nicht so einen hohen Preis, die ist da. Und man kann da auch, man hat da auch sehr gute Opportunities, gerade in diesen, in diesen Dörfern oder Städten wie Tulum, weil da zieht es halt echt sehr viele Menschen hin, die auch krass sind von der ganzen Welt, weißt du. Und ja, solange das Money noch nicht reicht, um nach Miami zu gehen, ich habe schon mal geguckt, ob es in Florida allgemein noch einen etwas günstigeren Ort gibt, wo man hingehen kann, aber ja, das ist alles, das steht alles noch in den Sternen, aber USA steht auf jeden Fall auf meiner Liste für, nicht für Urlaub, sondern auch mal für längere Zeit, so. Ja, krass, ich schreibe auch gerade viel mit Leuten wieder, die gerade in Tulum sind, ich vermisse das schon. Eine Swiss Army Knife, seit wann kommt eine Reunion mit Fanus G, Fanus in the Mance, Divi Vibes, man, der hat mir gerade, ich schwöre dir, gerade wo du geschrieben hast, hat der mir auch geschrieben, was geht, mein Bruder, das ist kein Zufall, bist du es, Fanus, steckst du hinter dem, steckst du hinter diesem Namen? Ich küsse dein Herz. Bruder, mit einem guten Batzen im Monat lebst du in Zürich am besten, ein schickes Auto, ein Anhänger mit Boot für alle Seen, im Winter in den Bergen, in einer Stunde, immer sauber. Aber Schweiz hat es mir auch schon damals angetan, ich habe immer gesagt, früher habe ich immer gesagt, irgendwann will ich in der Schweiz leben, so. Habe ich immer gesagt, ich weiß auch nicht, so, wenn ich ein bisschen älter bin und so, auch Familie und so, Schweiz hat es mir echt krass angetan, weil ich habe auch sehr viel von der Schweiz schon gesehen, ich war da Richtung italienische Schweiz, französische Schweiz da, ich war in Zürich, ich war in Luzern, ich war in, wie heißt es an der Grenze, Basel, ich habe echt von der Schweiz schon sehr, sehr, sehr viel gesehen und mir hat es auch sehr gut gefallen. Leute waren korrekt, weißt du, wie ich meine, Leute waren cool drauf und du hast sogar in der italienischen Schweiz, da gab es sogar so Palmi-Vibes und so, weißt du, wie ich meine, so, da war ich so krass, wusste ich gar nicht, dass es in der Schweiz auch so eine Geschichten gibt und ja, es ist echt ein cooler Ort, die Schweiz, muss ich schon sagen. Ich brauche halt auf jeden Fall für den Winter einen anderen Ort, so, ich brauche was Warmes, was meine Knochen erwärmt, ich will nicht aufstehen mit kalten, so, weißt du.